Vielen Dank. Liebe Boxsportfreunde, wir kommen zum ersten Vorkampf mit Kampfrichterbeteiligung. Und hier schien sich gegenüber der rote Lecker aus Neuss, Jan Otto, sein Gegner. Er kommt aus Rheinkamp und heißt Almin Kanuric. Das ist ein Kampf über 302 Minuten im Kandettengewicht bis 43 Kilogramm. Ich hatte es gesagt, Referier des Freistes, Holger, Herr Rettmann. Riechwein! Oh nein! Riechwein! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Zeit haben wir noch euch. Ihr Boxen von vorne, ihr habt es gesehen, die rote Ecke gab den Kampfende der ersten Runde aus. Da habe ich Sieger durch, Aufgabe Almin Kanuric, blaue Ecke, ABC Reinkamp. Ihr macht das genau richtig. Einen Applaus für den Almin und für den Jan. Vielen Dank.